Guten Morgen, willkommen hier, das scheint, dass wir hier kein Taub sein, in Böten. Das war ein Böten, das es krägt, dass es schon jetzt Böten sind, auf einer Ferne Drehung steht und Taub singt und Gott seinen Wüten ankeckt. Weil wir von dir anfangen mit Böten. Himmlische Vorder, wir danken dir, dass du uns Gott bist. Dankeschön, dass wir keine Kinder sein. Dankeschön, dass du das Latsch, dass wir die Nummer brauchen können und uns so zu leben, dass das Taub stammt und dass wir keine Familie anlegen können, dass wir eine Dea legen können. Dankeschön für das Erscheinend, dass wir das haben, dass wir zu essen haben, dass wir hier sein können und dass wir hier Taub sein können. Dankeschön, dass wir mit anderen Lied haben, was wir auch den Weich sehen können, was wir auch den Weich sehen können und den Weich sehen können. Darauf so scheinen, wir beten, dass wir uns sehr sehen können, weil wir Lothar Marach haben und die Nummer auch hier Taub sind. Wir beten, dass jeder einer ein Sehen kriegen würde. Wir beten uns auch zu sein, weil wir gerne andere ein Sehen sehen können. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Ich freue mich, dass ihr ihr Beton habt, dieses Werk für diese Botschaft. Ihr habt es für ihr Zündag im Bulletin gegezogen, dass ich diese Botschaft hier soll haben. Und dann soll ich auch ein Werk jedemal dafür ihr Beton haben, dass Gott einem würde helfen und dass Gott uns würde ihn lernen. Und ich glaube, Gott hat mir eine Botschaft gegegeben, von der und von uns, alle Taub. Das ist für mich auch, mir ist das viel Wirt geworfen, all diese Werk. Und ich will auch mit euch und ich hoffe, es wird auch ein Sehen sein und eine Haupt sein. Und wenn wir ein Gebet ausführen, dass jemand hier verbringen würde, dass Gott eine Haupt sein würde für uns. Und das ist auch von der und das ist dort. Und so wollen wir für mich beten oder für den anderen Lehrer, dann werden wir beten, dass Gott uns ein Wirt geben würde, was da klar ist und was wir haben, das ist wichtig. Und wir haben alle Dinge, was wir mit schaffen, und so, das sind vielleicht verschiedene Dinge, aber wir haben alle eine Arbeit, was wir an uns schaffen, und so Gott gebt uns ein Wirt, hat uns eine Bibel gegebt, und da haben wir viel lernen. Und ich will anfangen mit dem Versch, was mir all lang ist, viel Wirt geworfen, was ich da habe, in der Bibel, 1.Johannes 3 Versch 1. Das ist ein bekannter Versch, für mich, vielleicht für mich und allem. Wenn du die Bibel kannst, dann musst du das Versch, glaube ich, auch machen, 1.Johannes Kapitel 3. Wir lesen in unserer Familie, 1 und 8, und 1.Johannes, der ich nie grüßt, so, wie ich beteide das Versch lasse. Und so, dann hielten wir bei das Versch stelle, und dann haben wir bloß den, weil es ein scheiner Versch, und ich wollte ihn mit dem Anfang anfangen, und das lässt uns lernen, an die immer Gedanken, was wir wollen haben. So, 1.Johannes Kapitel 3 Versch 1, sagt es das, Seid, was der Führer uns für eine Leib bewesen hat, dass wir Gott seine Kinder genannt wurden, und wir sind dort wirklich, die Welt kennt uns nicht, weil es sein Amn nicht kennt. Okay, dann ist der Gedanke, was er ist, dass Gott, der ist jedenfalls, dass er sich ans Führer nennt. Und ich muss dir dort feststellen, dass der Gott, was der Welt gemerkt hat, und die Natur, und die Bäume, und die Fehl, und all die Menschen, die Stirn, und was immer da alles ist, dass er sich ans Führer nennt. Der Gott im Himmel, was so allmachtig ist, was so erreicht ist, und so herrlich ist, was er keinen Sinn bilden kann, was er nichts erreicht hat, kann es für mich lohnen. Und doch, der andere Seite von ihm sagt, er ist ans Führer. Das, was er hier sagt. Seid, was der Führer, das meint Gott im Himmel, was hier ans Führer genannt, was der Führer uns für eine Leib bewesen hat, dass wir Gott seine Kinder genannt wurden. Er sagt, wie kann Gott seine Kinder sein? Wie sind Gott seine Knechter? Wie sind seine Deiner? Wie sind seine Ohrbärer, die Kerbe sein? Bei einer sagt er, dass Jesus nicht an seine Freund, aber anderer sagt er, dass Jesus nicht an seine Bräder, er nannt seine Jünger, er nannt seine Bräder. Wenn wir Jesus kennen, wenn wir anderen sind, dann können wir uns das annehmen, dass wir seine Freund, seine Bräder und seine Deiner oder Ohrbärer sind. Aber hier sagt er, der ganze Tag wieder, der sagt er, dass wir Gott seine Kinder genannt wurden. Dass Gott sagt, dass er uns das Kind genannt hat, dass er uns seine Kinder genannt hat. Also wenn du überdenkst, wenn du mal wem wirst eine höhere Unerkennung geben, als was du wirst kennen, muss man ein Kind wie Ers, was du mitmachen willst, vielleicht auch eine andere Seite Welt, eine Orme Land, vielleicht in Bolivien, eine große Stadt, in Afrika, Ers, wie wir jetzt sagen, um es, oder nach es, wie es sind heimatlose Kinder, in Mexiko, in Cocteau-Kappagos, und es sind viele Kinder, die er nicht in Heim haben, die er zu halten fehlt, und das andere Glied wird er mit schaffen, aber wir würden vielleicht sagen, wir würden den Prozenten geben, das haben wir vielleicht alle getan, den Prozenten geben, dann haben wir dir etwas gehalten. Aber wenn wir dir eine Multit geben, dann haben wir dir noch mehr gehalten. Oder wenn wir dir dann nicht sagen, ich würde ein Jahr Schill betonen, ich würde dort bei der Schill anschreiben, und ich würde ein Jahr Schill betonen. Oder vielleicht die Lebenszeit von der Schill, dann würde es ein Kind als Säuer gehalten sein, wenn ein Kind, wo der Heimatlose abgegast wird, können die Lebenszeit im Sonnens in die Schill gehen, und du hast das betont, dann würde es ein Kind als Säuer mitgehalten haben. Oder wie wenn du das Kind, würde es wie ein entferntes Kindheim, der nach der Schill betonen, oder nach der Schill betonen, in den Schütz, in den Sehen, woanders würde das Kind sein Leben sein, wenn du, was du getan hast. Aber wie wenn du das Kind, wirst du nicht bloß es dort tun, aber du wirst das mitnehmen, in den Haus, in den Jungen, in deinem Haus, und du wirst das Hand nehmen, und du wirst das sagen, du bist jetzt mein Kind, du kannst uns nun brauchen, uns hängen brauchen, du kannst die Brücken, wir wollen die Kräfte behalten, dass wenn du ein von uns bist, wenn du ritt gehst, wenn wir ritt fahren, wenn wir die Körg fahren, wenn wir die Dörde fahren, du bist ein von uns. Du hast uns nun, du bist ein Kind. Du bist ein Kind. Was wirst du noch kennen, für was mein Kind ist dort? Für so ein Kind ist es dort, nicht? Und so Gott sagt, schau mal, was der Führer uns von der Leib bewesen hat, dass wir Gott seine Kinder genannt wurden. Das wird Gott für uns gedauert haben. Wir sind da, nicht? Wir sind im Distritt. Und wir können auf uns an Gott glauben. Wir können uns gar nicht verstehen. Wir haben Gott in Dala, vielleicht in somebody, wo der Wied auf wird, für wen wir Angst haben, und wen mit Reich, wenn wir wissen, dass wir auch reich werden. Aber Gott hat uns, nennt uns, seine Kinder, ja, von uns in Chance, er merkt, dass wir seine Kinder werden, und das ist der Jesus. Und das ist, was er sagt, die Leib bewesen hat, dass wir als Jesus erhofft haben, und wie hier auf diese Welt, und wie ging all die Versuchungen durch, was ich und du durchgauen, und dann starf er am Kreis, und leidt seine Blut schälen für uns, und wie betohlt all unsere Sinn, und damit möchte ich den Weg, ob das ich und du, was der Sinn da verloren, im Distritt, und im Amm gelaufen wird, und wie kann Gott seine Kinder sein, dass er uns laut, seine Nomen brauchen, dass er uns seine Gnode geeft, dass er uns laut, laut der Hoopning haben, dass er uns fuhre ist, nicht bloß, dass er Gott ist, was uns noch mal was reichen, aber dass er uns fuhre ist, dass er uns sorgen, was er uns kicken, was er uns halten, was er uns leben, wenn du ein Kind hast, dass du nicht bloß, wenn du das Arachstum hast, dann führt es zurück in den Haus, dann lässt du das lernen, und so, dass du das, wenn du mal was, nur mehrfach mal ein Schritt überdenken, was das meint, ein Kind zu sein, was bedeutet das, wenn du ein Kind hast, dass es ganz anders ist, wenn du dort auf den Gals hast, und wie das mithalten, so Gott, wir sind bei Gott nicht bloß somebody, was dort ist, was er bei uns mit, wird gleich hinterhalten, er nimmt uns, seine Kinder, und dort ist ein Lebenszeit, wenn du ein Kind handgenommen hast, das ist für ein Lebenszeit, so wie kann Gott seine Kinder sein, das ist eine große Leib, ist Gott für uns hart, okay, dann sagt es, die Welt kann uns nicht, weil sie es nicht kann, so das Ding kann die Welt nicht verstehen, das braucht Glauben, um das Verstuhung, und unternehmen, und das können wir alle annehmen, wir können alle, durch Jesus, in Blut, nur Gott kommen, und alle müssen ihn vorannehmen, wenn Jesus hat unser Sinn, oder betult, oder wach gewaschen, und dann sagt es, es hat Fried zwischen uns und Gott, das ist nicht zwischen mir, da wenn kann er uns voran sein, weil ich zwei sage, lebe Freund, wir sind nie, all Gott, seine Kinder, da ist aber noch nicht, wer in den Dach gekommen wird, wie nur Herr sein und wollen, wir weiten aber, wann er kommen wird, dann war wir so sein und es hei ist, und wir wollen am so sein und es hei ist, so wie wir im Glauben sind, dann kriegt wir nur Gott, nur Jesus sind gekommen, es entschreckelt jetzt die Rech, es sei ja zum Grün, und viele Lied Ängsten, es sei ja, wenn sie andenken, dass Jesus noch mal was weiterkommt, und dass Gott noch mal weiterkommt, und die Rech, und sie sollen auch, wenn sie nicht im Glauben sind, aber wenn Jesus sind blöd, auf all unsere Sinn, weich gewaschen, und wieder können Glauben und annehmen für uns, dann ist das schon die Rech, dann sagt er, dann redet es das, wenn ihr ein Kind Gottes passt, dann redet es das, von Jesus sind gekommen, dann, wie weit, aber wann hei kommen wird, dann war wie so sein und es hei ist, und wie wollen am so, und wie wollen sie sein und es hei ist, und wie wollen am so sein und es hei ist, das redet nicht von einem Gerach, das redet von einer Topgebungenheit, das redet von einem Frindsteig, das redet von Kindfura, das redet von Glücksein, nicht, das redet von Fried, das redet von Leif, so wenn du kostet annehmen, dass Jesus deine Sinn, weich gewaschen hat, dass Jesus, für die Gons, das betult hat, für die Tverschen, die in Gott steht, dann kostet die an Jesus, die Waderkung, das steht noch und geht, und dann muss die Arme so sein, das hei ist, und hei wird die Gons annehmen, will es heihaft die Rehn gewaschen, er sagt, keine Fehler in die Meier, willst deine Sinn, das weich gewaschen, Jesus sagt, wenn du Sehn, die frei merkt, dann bist du frei, dann ist das Fehler, was wir merken, und wenn wir nachher noch mal einen Fehler merken, Jesus verjafft uns, und das ist wahr, und das ist ein Port von, wenn man Gott sehen kann, so dann kann ich mit Fried, das ist wie der Bibel, wo man steht, und von reden, wenn wir seien, dass das ein kommt, dann geht ab, und Fried geht, will es dann, dass ich eine Erleusung dicht bin, und so ein Kind Gottes, wenn Gott uns vor ist, dann kann ich uns freuen, wenn Jesus kämpft, dann ist das kein Gericht, weil Jesus haftet, die Gericht abzett genommen, als Jesus starf am Kreuz, heinem Gott sind Gericht, für uns, und uns steht, in Anwärter Gericht, für uns, und wenn wir das können, im Glauben annehmen, das ist, was es meint, Gott sein Kind zu sein, das ist, was es meint, uns zu bekehren, das ist, was es meint, im Glauben zu sein, das annehmen, dass er nichts zwischen uns, und Gott ist, und dass wir uns können freuen, dass er kann freuen, für das Aufgut, was er recht ist, für uns im Himmel. Vers 3 sagt, und jeder, der seine Hoffnung ab Christus sagt, wird sich reinigen, so ist er auch reinigend. Und das redet von, von der uns, es ist wie im Glauben leben, wie kicken fair, weil ich nur Gott sehen komme, nur Jesus sehen komme, nur in wie nahen Gott uns voran, wie sind seine Kinder, dann reinigen wir uns, weil es wie wollen, in seine Familie anlegen. Und wenn du ein Kind hinnehmen, dann wirst du ein Kind annehmen, dann wirst du die alle Hand dazu, in deine Familie anlegen. Du wirst die alle Hand dazu bescheiden sein, du wirst die alle Hand dazu äten, du wirst mit der Arbeit, das wird abrechtlich sein, wenn du dir das zu Dorb schrägst, oder wenn du dir das zu tun führen, das wird undrechtlich sein, und mithalten, und so wie das sagt. Und so, das ist das, und du wirst das Kind lern, und das ist das, wenn wir in Gott seinen Rechten ankommen, wenn wir in Gott seine Familie ankommen, in eine Physik, wie du anlegen, in eine Physik, wie er so zu sein, als Jesus ist. Das ist, was wir von denen dann, das ist unser Abgebot. Das ist, was es meint, und jeder, der seine Hoffnung ab Christus sagt, wird sich rennen, so als er auch renn ist. Und so, das ist unser Abgebot für uns zu leben, dass wir uns an Gott, seine Familie, nachlecken. Das meint, Gott von der ersten Mann, ganz in einen anderen Mann, wenn wir an Gott seine Familie über das handgenommene Kind sich will, bloß manch an unsere anderen Kinder, manchen, dann wird es auch wiederkommen, aber das Beste wird kommen, wenn wir uns von uns lehrern nehmen. Dann wird das Bösigste geworden, dass unsere anderen Kinder sind. Dann wird das Bösigste geworden, dass wir sind. Und so, das ist, was wir kennen, das ist unser Abgebot als Kinder Gottes, dass wir Gott sehen wird, dass wir mit Gott helfen und mit den anderen Kinder helfen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir an einem Glauben, dass er uns kann lernen, wie es wird in dem Gebet, wo er ist, dass wir wiederkommen in Nächster geworden, das Heil. Und so, und da hin, dort ist der Kampf von uns Leben als Christen. Manchmal habe ich es zuhören, wenn wir uns betieren, dann wird immer alle Feind sein, dann ist nicht mehr alles, all unsere Struggles, all unsere Kampf sind dann weg. Das Kampf von Frieden mit Gott, den Frieden habe ich dann. Wir senden Gott sein Kind. Aber du kannst dir verstehen, wenn dein Kind wird von der Hand genommen, da wird noch viel, der ich zu arbeiten habe. Da wird von abgeholt kommen, wenn ich hier lehrt habe, wenn ich Opportunities und Möglichkeiten, ich habe nie auf einmal, muss ich das lehren, wo wir das haben. Ich habe noch viel durchgeschafft, viel zu lehren gehen. Das ist das an uns Leben. Und um das zu sein, was das schafft, dann werden wir mit einem anderen Kapitel hier anfangen, in unserer Botschaft, mit der Geschichte von Jakob und Eisele im Olden Testament. Wenn ich die Geschichte bekomme, wie Abraham hat Gott berufen, dass er ein falsches Volk anfängt. Dann hat er ihn sehen, Isaac. Und Isaac soll das dann wieder drehen, das Volk anfangen. Das fängt sehr langsam an, das braucht viel Glauben. Und Isaac hat über seine Früh, der heißt Rebekah, das fing wie dort beschrieben. fing wie dort beschrieben. Und so Isaac und Rebekah checkten dann auch so, sie würden auch noch Kinder haben, wenn Gott die versprochen hat, sie würden gerade das Fall geben. Und so Rebekah schwanger war, dass sie ein Kind haben, dann wurden zwei Kinder, zwei Jungen sein, wie ein Pottier waren sie drehen und wir sahen den Freien und die Frau kam dann ab, wer wird diese Verheitung wieder drehen und wenn Isaac hat, ist das halb breit und wir klar dass Isaac wird mit der Verheitung aber hier werden zwei Jungen geboren worden und wo wird er geschaffen wer wird er aufgeht haben und die älteste sein und Rebekah feilt das all dass die Mames weiten dass die Jungen noch an er und die Ramm und die älteste die sind die wilde band und so das geht zu Rebekah dass die Jungen waren die älteste waren den jüngsten den und die von den bräder haben die jungen sind abgebrochen mit es zu allen Ich habe keine Brüder, ich habe mir gewünscht, einen Brüder zu haben. Ich habe mir gesagt, wir haben uns einmal gestreht. Wir haben zwei Jungs, ich und meine Frühe. Der eine ist viel aller, der andere nicht grüßt. Der eine saßt hier, glaube ich, und der andere auch. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe mir gesagt, das ist nicht dein Ohrbärer, das ist dein Brüder. Ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, das ist nicht dein Ohrbärer, das ist dein Brüder. Ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, einen Tag möchte ich vielleicht stärker sein als dein älter Brüder. Dann möchte ich den durchnehmen. Das interessiert ihn, ich habe mir noch keine Frühe davon. Das ist ein Freund und das Familie. Und hier sieht Gott, Rebekah, dass die zwei Jungen, die geboren wurden, der Ältste und der Jüngste. Und das ist ganz überraschend. Das ist wie wir denken. Was können wir lernen? Die Jüngste waren geboren. Die Jüngste haben den Ältsten auf dem Vorderheil, dass sie geboren wurden, sodass wir ganz im Garten alle von Verde geboren wurden. Und die Geboren wurden auch Lothar. Ich weiß nicht, Rebekah, der jüngste Jungen, der gesagt hat. Der Junge ist heute in Isau und Jakob. Und so, ich weiß nicht, den Jüngste, Jakob, das gesagt hat, was Gott gesagt hat, das Heuwe der Ewa hat. Vielleicht hat sie, weil es das Familie leben wird, wie ich sage, erscheinen. Ich kann mir vorstellen, die Bibel spricht nicht viel davon, aber dass diese Jüngste abwassen hat, was ich immer hatte und kam für jeden Tag, wie ein Pater. Die waren so ein Grotje, vielleicht ein Grotje, vielleicht ein Grotje von euch her. Und die Jüngste, kann leicht sein, die Jüngste, dass ihr wisst, dass ich immer immer hatte. Das weiß ich nicht, aber es haben. Aber wie immer so die Sehne, die aufgehört, das ging nur den Ältesten, oder die Müsste von dort, wenn es nicht. Und das wollen die Jüngste auch gewusst haben. Ich glaube, ich kann mich vorstellen, dass sie immer sich bräuterlich haben, zu holen gehauen. Aber da wurden die Gefährten auch sein, und die Jüngste auch immer hängen. Das glaube ich. Das fing wie ein Räumer Kapitel 9, und die erste Mose Kapitel 25. Und so, das kam so weit, dass das jüngste Grat da wird, dass er jährend ging. Dann wollte ich die Geschichte von dem Älster, der kam nach dem Haus ganz weit, der hat nichts gekriegt. Und Jakob, der Jüngere, der hat die Geschichte von dem Älter mehr. Und ich so war, das ist ein Gieselstall. Ich meine, so fair. Wir haben eine Suppe, die er gemerkt hat. Und er hat gesagt, ich habe ganz, meine Hüße von jedem, nichts gekriegt. Dann sagte er, und er hat mir von den Sieb, von denen Sieb, ich habe mir von den Giesel, dass wir nicht Giesel haben, was immer das wird. Und dann sagt Jakob, da wurde das Sieb daheim, sagt er, okay, ich habe mir das Öfgeld, dann kannst du sieb, so viel du weißt. Und so dann geht das. Und er war nicht an, und dann sagt er, okay, du kannst mir ein Öfgeld haben, ich habe mir sieb. So das war wieder so foolish, so tyrierig, so fläuflig hier da. Und so wird das Krieg, was der Älster verstanden hat, das Fleisch. Und so hat er wirklich an, wenn er kommt, Jesupt, wenn er seinen Reich abt, der Älster zu sein. Von der Wiede, die Eltern wurden das nicht gewusst, die Nübersch wurden das nicht gewusst, aber zwischen den Brädern wissen sie von der Wiede. Von der Wiede, der Jüngste hat der Hörscher über den Älster. Von ihm kommt, Jesupt, die hat nicht gewusst. Und so wird das auch, und dann Luther, viele Jahre in Luther, es wurden auch noch mein Aller sein gewusst, oder vielleicht noch Aller, es erfuhren, Isaac ist am Storfbad, wir, dass nun so den älter Seen mitgegeben wird, nur den Älster, und Isaacs ihn meint, wird der Älster. Und so wird zwischen uns ein Lied, auch Competition, Kreuz ist zwischen den Jüngern. Und so dann wollen wir den Seen mitgeben, nur den Älster, den Älster, also, er wüsste das andere Ding, was er noch nicht. Und so, dann schaffte ich den Rütt gehen, wir hatten eine Femme-Mull-Tit, wir hatten eine Femme-Barbecue-Fleisch-Baken, und dann wollte ich den Seen geben, den Älster, wenn er bald stirbt. Der Tiet wird ja noch weich essen, dann sag ich der Mama, der Jüngster, Jakob, wird Gott versprechen, du sollst, du wirst die Ewa-Hand, du wirst den Seen kriegen, sag ich zu denen, hey, ich war hier schwinden, weil wir schwinden, hier tüß Fleisch-Baken, weil es den Bräder bejagt ist, wo wir die Kasen-Hor-Ewa-Down, und dann bringt die Führer dort, und dann wird die Befeilen und alles, dann wird er glauben, dass du bist älster, wenn älster wird viel rougher, als was Jakob wird. Und das ist der Tee, und die Jünger war echt an, und er da hat, er brach seinen Führer, auf seinen Storfbad, der wird meist blind, in der Femme-Mull-Tit, was er häufig gemerkt hat, und er hat sich Kasen-Faal-Ewa-Gedon, dass er wird glauben, dass wir sind rougher Bräder, und so die Jünger haben den Seen, für die Üstgeburt, für das Aufgift, für die Älster, für Gott, sich in der Weg wieder zu drehen. Und ich sag, das ging mit vielen Schäuigkeiten, der Herr, und Gott wird, glaube ich, ein anderer Wach, hat haben, was er betet wird, dass er nicht brach mit Uneinigkeit, und Schäuigkeit, und Leihnis gehen, und bei der, dass er es zu deuten, und so wird eine sehr angekommenen Familie. Und so, der Jünger, den Jünger, den Seen, und nun wird der Jüngste Jüng, der Älster, der wird, hat er recht, der hat er aufgeholt, der hat den Seen, und er hat, dass der Bräder zurückkommen, und der Jünger hat einen großen Streit, und der Führer sehen den auch noch, aber er sieht, er kann den Seen hier, den Jünger Bräder, das ist nicht bloß, das ist nicht bloß der Fährscher, der hat das hier gekriegt, also das ist auch noch praktisch, aber so ist das, und so, da muss Jakob auch für sein Leben flechten, und so, das ist noch eine lange Geschichte wieder, aber es sind ein paar Dinge, die wir gerne drüben, die so ein Wirtfall sind, und diese Geschichte, man kann all die Schäuigkeiten, die wir haben, und ich kann nicht ganz sehen, was ich gerade verstehen, woher ich das schaffe, oder wo wir ihn vertrauen, aber wenn die und die denken, das an dein Leben, wenn wir geboren sind, wir sind am Fleisch geboren, wir sind mit einer sündlichen Natur geboren, kriegst du es, also wir, nicht, da wird für einen kommt, Jesus ab, wo der Fehl aufgeben, nicht, das ist so ein Fleischlicher da, so in dieser Geschichte, wenn wir das, wenn wir das Karte an ein paar Minuten, ein bisschen durchdenken, Luther kostet noch mal, aber wir denken, also startet das Fleisch fair, das startet das Olamon fair, das startet das erste fair an uns leben, fleischlich, hast dich reiht, wenn wir sein, an den Sinn, und gehen für ein bisschen, nicht, vom Fehl abgeben, dem Lissen kommt, Jesus ab, dort ist es wie auch wir, das ist wie eine Distanz an einem Fleisch wir, wir würden viel abgeben, bloß dem in Klienbass hier ans Fleisch zufrieden stellen, dort ist der Olamon, dort ist die sündliche Natur, dort ist das Fleisch, dort habe ich den Fiend, dort habe ich die Distanz, und dort ist der Äußerverstallende, und dann, Jakob war das nächste geboren, wie der jüngere Junge, und Gott hat dir gesagt, dort ist die von der Versprechung, dort ist die, was die Ewigkeit haben, dort ist die, was die Gelegenheit haben, um das Minereg wieder zu drehen, um den Sehen zu kriegen, um die Aufgabe zu kriegen, und so ist es, wenn wir uns bekehren, wenn wir ein Kind wurden, dann nannte die Bibel uns ein nieer Mann, dann nannte die Bibel uns ein nieer Mensch, das sagt, dass alle ist vergangen, dass alle nie geworden, und so dort habe ich das Bild, das sind zwei Menschen, und hier ist das schon ein Ding, und das ist das, was ich jetzt will mitteilen, das ist der Älder, die jüngere, die äußerung, die äußerung, die äußerung, die äußerung, die äußerung, wir haben eine Lebenszeit, das ist Äußer und Jakob auch, wo eine Lebenszeit von klein an, bei Graut, und in der Hammer striehlt, wir wissen, dass das Jakob direkt kann, von dort, wo er sich befriedet hat, und wir haben äldere Mann, und um uns auf die Mitteljahren, vorbeie, dass wir dann noch einmal, als ich dann noch einmal Angst, dass äußerung, die äußerung, die äußerung, die äußerung, die äußerung, die äußerung anbringen, weil sie diese ganze, fünf Jahre, die sie nach Lebenszeit gehad haben, und so ist das in uns Leben auch, weil wir uns betieren, weil wir im Glauben entkommen, dann haben wir vielleicht noch viel kämpfen, dass ich eerst sehe, das Bildmüge von ein Kind annehmen, durch noch viel zu lernen, und viel Dinge an zu wahren haben, so ist das in uns Leben auch, weil wir uns betieren, nur lebe ich uns, Gott seine Kinder zu werden, nur lebe ich uns, christlich zu sein, nur lebe ich uns, Jesus ähnlich zu sein, wenn du kämpfen hast, in deinem Leben, das meint nicht, dass du nicht Gott sein Kind bist, das meint nicht, dass du Gott sein Kind bist, nur lebst du dir, willkönig christlich sein, christlich, das meint, das Christus zu sein, das meint christlich sein, so willkönig christlich sein, so das ist ein Schwor, das ist ein Leer, was wir machen, und manchmal gehen, wie eine Tüte, was das so ein Schwor ist, und dann lebe ich, und ich kriege, dass es ein Handeln um ein Kind wird, bei einem, okay, nie lebe ich mal Schmuck, äten, oder nie lebe ich mal, abrächtig sein, aber nie lebe ich mal, bei der Schild, so ja, studieren, nicht, das weite, wenn du mit jener Kind schaust, dann beinmal sagen, wenn du nicht, dann lebe ich mal, nicht, und das geht, ich kann euch bloß schreien, so ist er in uns leben, irgend so, aber das ist, was ich will haben, dass Jesus behalten, der Älter, muss den Jüngeren behalten, der Jüngere, das meint uns nie leben, das hat der Herrschaft, über den Älteren, wenn der Älter Bruder, auch immer durch ist, und er will immer, immer nehmen, es hat never geht, dass er sich aufgehört, aufgehebt, es hat never geht, dass er nicht auf den Sehen gekriegt, es wird immer striht, es wird immer sein, das noch anzudrehen, und bei der Älter, ihr hört den Jüngeren, und der Jüngere, hat den Sehen, das meint uns nie leben, hat Gott ihn sehen, das ist Gott ihn, und Gott ist direkt, an den Niemensch, das aufgehört, was wir im Himmel wollen kriegen, das ist auf den Jüngeren, das ist auf den Niemensch, nicht, und so ist Jakob, das ganze Leben, anerlich wisst, ja, ich werde das aufgehört, nochmal kriegen, kriegt, wo, weiß ich nicht, aber ich werde das aufgehört, nochmal, somehow, und so weit wie das auch, wir sind nie im Glauben, und wir weiden dort, wir wollen das aufgehört, nochmal kriegen, kriegt, wo, das wird der Hand gehen, das weiß wir nicht, aber dort ist klar, das aufgehört, seit ab den Jüngeren, das seit ab den Jüngen, ab den Jüngsten, ein Tag, wenn wir nur Gott kommen, dann wird er uns den Sehen geben, ich rede, wie vor, wenn Jesus kommt, dann wird er, wenn er so sein, ist er, er wird uns ganz, kann, er hat der Niel, aber wir wollen so, um, angesagt, angesagt sein, sagt er, und so, dort ist das aufgehört, was für uns, lüren, da hat, klar, dass Jakob, der Jüngere, der seine Lebenszeit, weiß, das sind aufgehört, in den Sehen, das lüren für mich, okay, diese Schäuigkeit, die Jakob da hat, mit seinen, mit seinen Kassen, vor allem, das wird, um ihn vor, verliehen, wenn er, das ist der Älteste, das er dem, wird ein Sehen geben, das ist schäufe, in Arach, aber, das hat er, wie auch noch ein fernes Bild, geäuert, das hat, heute trage ich hier, was an, und das hat Gott seinen Sehen, und das hat Gott seinen, oder seinen Führer seinen Sehen, und das aufgehört wird, kriegen, und so, dann dort, da ganz schäufe, der Herr, ging, da hat er so ein fernes Bild, für uns, dass Jesus uns antreibt, mit seiner, die errichtet, um das Wied, an, das aufgehört, kriegen, wie Gott, und mir wäre bloß so viel, wie ich sage, ich werde das denken, und so, ein Tag, wenn Jesus uns, wie Gott verstellen, und er ist, der Kolosser redet von, dort, hei stahlt uns, hei erst von uns, die starfen, dem uns verget, rein, in hellig, in schuldlos, verzustellen, und so, wo wir uns, so, wo wir den Sehen, so, wo wir unsere, äh, Birthright kriegen, wie Gott, und so, wenn Jakob in Äußer, und das hier, all das, er schäufe, hier, das ist dann noch ein Bild, von wo Gott uns antreibt, mit seiner Gerichtigkeit, mit seiner Gäß, mit seiner Nung, äh, dort, wie wir uns aufgehauen, und uns sehen können, und wir wollen, aber nicht so schäufe sein, ist das, dort meine ich nicht, ob wir das dann noch ein Bild werden, auf einem Tag, wann wir schworren, Gott kommen, wann wir wollen sterben, oder wann heute, wann wir im Glauben sind, wann wir Gott seine Kinder sind, hei geeft uns, hei tragt uns an, mit seiner Gerechtigkeit, und wir können, äh, schuldlos verarmt sein, und dass wir können, den Sehen kriegen, von ihm, den uns aufgehauen, und, äh, so, dort ist, dort ist das Bild, wo ich dieses Werk zu sein kriege, in der Bibel, ich hoffe, dass das, was wird, mir, wie das viel wird, in, äh, diese Versch, 3, äh, 1. Johannes, Kapitel 3, wie das ist, das sagt, ich will das noch einmal lesen, wenn wir denken, und Gott seine Kinder zu sein, äh, er hat reich, dass Jesus von uns gestorben ist, nicht muss man den Kampus ab, oder man hat ihn belauthaft für uns gekauft, und da sagt, das ist das, der Zeit, wort er vor uns, von er leibige Wesen hat, dort wie Gott seine Kinder genannt worden, und wir sind dort wirklich, die Welt kennt uns nicht, weil es sei am nicht kennt, leibige Freund, wir sind nie all Gott seine Kinder, dort ist aber noch nicht verrein Tag gekommen, wort wir nur her sein und wollen, wir weiten aber, wann er kommen wird, dann wort wir so sein, als er ist, und wir wollen am so sein, als er ist. so, auch Gott sind, die Kinder zu Ihnen.